Hallo meine Lieben, ihr wisst ja, Influencer, Leute die auf Social Media eine gewisse Reichweite haben, eine Menge Menschen erreichen, die haben ja auch eine gewisse Verantwortung. Und es gibt einfach eine ganze Menge Influencer, die sich dessen gar nicht bewusst sind. Wie viele Menschen sie erreichen, was sie für einen Einfluss haben, was das, was sie da tun, für viele Menschen bedeuten kann. Also, dass sie zum Beispiel den großen Bruder, die große Schwester darstellen und diese vielleicht so ein bisschen auch die Handlungsweisen adaptieren oder die Art sich auszudrücken oder irgendwo auch so ein bisschen die Ziele mit dem abgleichen, was ihre Idole so erreicht haben oder erreichen wollen. Und dementsprechend ist es vielleicht irgendwann auch mal an der Zeit, dass die Gesellschaft sich darüber Gedanken macht, wie sie eben mit dieser Art von neuen Prominenten umgehen soll. Also mit den Menschen, die im Endeffekt das beeinflussen, was die nachkommende Generation denkt oder fühlt oder wie sie ihre Sicht auf die Gesellschaft beeinflusst. Also wie diese Influencer sozusagen die Generation, die Fans prägen. Und die Bundeszentrale für politische Bildung hat genau das getan, hat einen Schritt gewagt, den ich sehr interessant finde, nämlich sie hat Influencer eingeladen, um mit ihnen über Extremismus zu sprechen, um Informationen und quasi innerhalb einer Informationsveranstaltung das Thema Extremismus mit ihnen zu behandeln, auf Formen von Extremismus hinzuweisen und auch Umgangsarten und Formen mit Extremismus zu besprechen. Und da war ich jetzt auch anwesend, in Berlin war das für zwei Tage sozusagen Seminar. Der erste Tag war theoretischer Input, man hat über Fallbeispiele gesprochen. Thematisch ging es da zum Beispiel islamischen Staat und islamische Organisation, neue Rechte, politischer Extremismus, religiöser Extremismus. Also das hat sich alles so ein bisschen die Waage gehalten mit einem Fokus, allerdings also mit einer Perspektive aus dem linken Spektrum. Muss an der Stelle einfach mal erwähnt werden, jetzt mal ohne Kommentar diesbezüglich. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das natürlich Not tut, rechte politische Strömung diesbezüglich zu sensibilisieren, also darüber zu sensibilisieren. Die Frage ist allerdings, ob man dann auf der anderen Seite auf dem linken Auge so sehr blind sein darf. Das ist ein anderes Thema. Aber was ich halt an diesem Ansatz faszinierend finde, ist der Gedanke, dass die Leute, die dort ihre Inhalte verbreiten, ja gar keinen Filter haben. Dass die im Grunde sagen und tun können, was sie wollen, wenn sie sich in einem legalen Rahmen befinden und jede Aussage quasi einen unfassbaren Einfluss haben kann. Und viele von diesen Aussagen gar nicht durchdacht werden, in dem Maße, wie es quasi wäre, wenn jetzt ein Politiker eine Rede hält und vorher der Redenschreiber das sich durchliest und dann der Stab das nochmal bearbeitet. Auch wenn die Reichweite und der Impact dasselbe ist. Dass Menschen mit der Reichweite von Tageszeitungen sind, die über Dinge sprechen, die sie vielleicht gar nicht so durchdringen können, von denen sie eigentlich gar keine Ahnung haben. Und da quasi anzusetzen, diese Menschen zu schulen und ihnen ein bisschen eine Sensibilisierung mit auf den Weg zu geben. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, an welchem Punkt ist diese Schulung dann als eine gewisse Art der Beeinflussung zu betrachten. Ja, also ich möchte alles, womit ich mich beschäftige, eigentlich von zwei Seiten betrachten und eben nicht zulassen, dass es am Ende unkritisch irgendwie bei mir einsickert. Und genau dieser Fall ist halt auch bei dieser Veranstaltung eingetreten. Wir haben viel diskutiert, wir haben auch praktisch gearbeitet und haben auch kritisch eben das hinterfragt. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Sind Influencer im Endeffekt dazu verpflichtet, sich weiterzubilden, sich ihrer Verantwortung bewusst zu sein am Ende? Oder ist es eben genau diese völlig normale Art und Weise, mit dem Themen umzugehen, mit dem Publikum umzugehen, das, was ein Influencer ausmacht, dass sie eben jemand aus dem Volk sind in dem Sinne und genauso handeln und eben nicht zu einer Kaste von Experten gehören, die sich mit einem Thema ganz spezifisch auseinandergesetzt haben und deswegen eine ganz andere Perspektive auf das Thema. Als jeder Normale, der halt diese Themen peripher bearbeitet. Würde mich mal interessieren, das ist ja quasi auch ein sehr wichtiges Thema, weil es entscheiden wird, wie in Zukunft mit dem Influencer an sich umgegangen wird. Auch wenn ich das Wort unfassbar hasse, ich habe bis jetzt noch kein besseres Wort diesbezüglich gefunden, weil es dummerweise einen großen Teil dessen abdeckt, was es ausmacht, nämlich den Einfluss, den diese Person auf die Leute hat, die ihr folgen. Würde mich mal interessieren, schreibt es mir dort unten in die Kommentare. Dann sehen wir uns im nächsten Video und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüssi Kowski.